Wir bei Agraner Zucker sind nicht nur hier, um Zucker zu liefern. Unsere Vision ist noch größer. Wir sichern den Zugang zu leistbaren Lebensmitteln und machen dabei das Leben genussvoller. Für alle. Seit unseren Anfängen in Österreich ist Agraner Zucker zu einem der führenden Zuckererzeuger Europas geworden. Gemeinsam mit unserem Joint Venture Partner Agraner Studen versorgen wir 14 Länder in Zentral- und Osteuropa. Wir betreiben Zuckerfabriken in fünf Ländern und Rohrzuckerraffinerien in Rumänien und Bosnien-Herzegowina. Wir bilden starke Partnerschaften mit regionalen LandwirtInnen, um mit unseren lokalen Zuckermarken die besten Produkte und Leistungen zu bieten. Und das nachhaltig. Unsere Anlagen produzieren insgesamt über eine Million Tonnen Zucker jährlich. Wichtig für die regionale Wirtschaft? Jeder Arbeitsplatz bei Agraner sichert vier weitere Arbeitsplätze. Gemeinsam sind wir für über 11.000 Arbeitsplätze in Zentral- und Osteuropa verantwortlich. Wir nehmen unsere Verpflichtung wahr, die LandwirtInnen vor Ort zu unterstützen, die uns mit Zuckerrüben versorgen. Eine Rübe kann über ein Kilogramm wiegen und enthält 16 bis 18 Prozent Zucker. Wir gewinnen Zucker in einem Prozess, den wir ständig optimieren. Wie wird aus einer Rübe Zucker gewonnen? Und eine ganze Reihe interessanter Nebenprodukte? Zuckerrüben werden etwa 180 Tage nach der Aussaat geerntet, wenn der Zuckergehalt am höchsten ist. Die Erntezeit, die sogenannte Rübenkampagne, dauert von September bis Jänner, je nach Erntemenge. In riesigen Waschtrommeln werden die Zuckerrüben gründlich gereinigt. Die gewaschenen Zuckerrüben werden in kleine Streifen geschnetzelt, um die Zuckergewinnung zu erleichtern. Heißes Wasser löst den Zucker aus den Rübenschnitzeln. So entsteht ein süßer Saft, der in Rohrleitungen die Anlage durchläuft. Im nächsten Schritt wird der Saft gefiltert. Die Feuchtigkeit wird in mehreren Schritten entzogen. Die entstehende Abwärme wird für andere Prozesse in der Fabrik genutzt. Mit abnehmender Feuchtigkeit beginnen Zuckerkristalle zu wachsen. Unser Labor überwacht den Produktionsprozess ständig und optimiert diesen für beste Ergebnisse und geringeren Energieverbrauch. Wir wollen das beste Produkt auf nachhaltigste Weise erzeugen. Wenn der Saft zu etwa 50 Prozent Zuckerkristalle enthält, wird der Zucker in einer Zentrifuge vom Saft getrennt. Der getrocknete Zucker wird in den Silo transportiert. So füllen sich unsere Silos im Laufe der Produktionssaison mit tausenden Tonnen Zucker. Wir lagern diesen, bis wir ihn im Lauf des Jahres in unterschiedlichen Formen abpacken. Bei der Herstellung entstehen verschiedene Nebenprodukte. Sie werden als Futtermittel, Dünger sowie in verschiedenen Nahrungsmitteln und Kosmetika genutzt. So verwerten wir jeden Bestandteil der Zuckerrübe bestmöglich. Weil Zuckerrüben nur begrenzt lagerfähig sind, stellen wir nur Saisonalzucker her. Dieser wird über das gesamte Jahr abgepackt. Unsere Zuckerprodukte gibt es in jeglicher Form. Vom winzigen 4-Gramm-Sachet, das wir zum Kaffee serviert bekommen, bis zum Silo LKW für Geschäftspartner in der verarbeiteten Industrie. Für den Einzelhandel packen wir viele verschiedene Zuckersorten ab. Vom feinsten Puderzucker bis zum Kristall- oder Gelierzucker. Alle Sorten lagern in unserem modernen Hochregallager und sind nach Bedarf verfügbar. Wir versorgen unsere Regionen mit hochwertigem Zucker unter lokalen Marken. Wir liefern nach Bedarf per LKW oder Bahn. Dank unserer fein abgestimmten Logistik haben KonsumentInnen immer den richtigen Zucker zu Hause, wenn sie ihn brauchen. Wir sehen es als unsere Verantwortung, den Markt verlässlich zu versorgen. Zucker ist die Zutat, die eine Idee in etwas Besonderes verwandeln kann. Jederzeit und überall. Bei Agrana Zucker glauben wir daran, dass regionale Produktion die Versorgung sichert, ressourcenschonend und zu einer nachhaltigen Gesellschaft beiträgt. Agrana Zucker. Responsibility in Growth. Als ob alle Elemente beiträgt. Uni- Begraci. Info. Deine